Sankt Johann, Sankt Johann. Um das Jahr 1460 war Bürgermeister in Kolberg einer aus dem Geschlechte von Schliefen, namens Peter Schlief. Der hatte die Gewohnheit, besonders wenn er angetrunken war, zu allem, was er sprach, hinzuzusetzen, Sankt Johann, Sankt Johann, weil der heilige Johannes der Täuferpatron des Stifts Kamin war, unter welches Kolberg gehörte. Einstmals ließ ihn der Markgraf Albrecht von Brandenburg, der Absichten auf Pommern hatte, zu sich nach Schiefelbein kommen. Er zeigte sich sehr gnädig gegen ihn und ließ ihn voll trinken. Danach, als er voll war, redete er mit ihm, dass er gehört hatte, dass Kolberg eine hübsche und feste Stadt sei und dass gute Leute darin wohnten und dass sie doch böse Gunst bei ihren Herren, dem Bischofe von Kamin und den Herzögen von Pommern hätten. Das sei ihm ihrenthalben Leid, und so sie seiner Wurin bedürften, so sollten sie einen treuen Helfer und gnädigen Herrn an ihm haben. Peter Schlief merkte wohl, wo solche Worte hinaus sollten. Weil er aber kein Verräter an seinem Lande werden wollte, so stellte er sich, als wäre er über den Witz hinaus voll und sagte, St. Johann, St. Johann, Herren genug, damit meinend, sie hätten bereits mehr Herren, als sie vonnöten hätten, und bedürften des Markgrafen nicht noch dazu. Aber der Markgraf ließ nicht von ihm ab und sagte, wenn sie dann von ihren Herren vergewaltigt würden, so wäre es doch gut, dass sie irgendwo Zuflucht und Trost wüssten. Darauf antwortet Peter Schlief wiederum wie ein voller Mensch, St. Johann, St. Johann. Er meinte aber, der sollte ihre Zuflucht und Trost sein. Und, was ihm der Markgraf von der Sache mehr sagte, er antwortete immerzu, St. Johann, St. Johann. Als nun der Markgraf sah, dass er nichts an ihm erholen konnte, sagte er zuletzt, ja, den Herrn, St. Johann meinend, den behaltet nur, der setzt euch nicht in den Stock, also schieben sie voneinander. St. Johann. Untertitelung des ZDF, 2020